Hallo und willkommen zum heutigen Video, in dem ich dir die einzige Voraussetzung nennen möchte, die es zum bewussten Manifestieren deiner Wünsche braucht. Und natürlich auch, wie wir diese Voraussetzung denn erfüllen können, was wir da beachten müssen. Wenn wir uns jetzt einen Wunsch anschauen, dann stimmen wir sicherlich alle zu, dass wir uns diesen Wunsch als erfüllt vorstellen können. Also wir alle verfügen über Vorstellungskraft und können uns, welchen Wunsch auch immer wir haben, als erfüllt vorstellen. Wir können uns vorstellen, dass unser Wunsch erfüllt ist oder etwas vorstellen, das passieren würde, wenn unser Wunsch denn erfüllt wäre. Dadurch erfüllt sich der Wunsch aber in der Außenwelt nicht. Das heißt, wenn ich mir jetzt etwas vorstelle, die Augen öffne, dann ist es erstmal nicht da und wird vielleicht auch nicht in meine Welt treten. Das heißt, es muss eine Voraussetzung geben. Es braucht eine weitere Zutat, etwas, das ich der Vorstellung hinzugebe, damit es sich in meiner Außenwelt manifestiert. Und diese eine Zutat bedeutet Glaube. Der Glaube an die Wunscherfüllung. Der Glaube an den Zustand des erfüllten Wunsches. Der Glaube daran, dass ich gesund bin, dass ich erfolgreich bin, dass ich XYZ bin. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kommen wir zu diesem Glaube? Und das ist jetzt eine Abzweigung, an der viele falsch abbiegen. Denn wenn wir jetzt davon sprechen, hey, du musst glauben, dass dein Wunsch bereits erfüllt ist, dann versuchen die meisten Menschen das auf rationalem Wege. Also sie versuchen, ihren Verstand zu überzeugen. Und das ist ein Vorhaben, welches von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, denn der Verstand lässt sich nicht überzeugen. Der Verstand ist nur da, um zu bekräftigen, was ist. Der Verstand bestätigt, was ist und kann sich immer nur in dem Radius bewegen, der ihm durch die Sinne, durch die Außenwelt, durch das, was äußerlich gerade ist, vorgegeben wird. Also meinen Verstand vorab überzeugen zu wollen, ist ein Vorhaben, welches zum Scheitern verurteilt ist. Das kann also nicht der Weg sein, um an etwas zu glauben, das derzeit von meinen Sinnen noch verneint wird. Also deinen Verstand musst du nicht überzeugen. Wenn du krank bist, kannst du nicht glauben, du kannst deinen Verstand nicht davon überzeugen, dass du gesund bist, weil er wird sagen, nein, dein Körper tut ja weh. Wenn du verschuldet bist, kannst du deinen Verstand nicht davon überzeugen, dass du wohlhabend bist, denn er wird sagen, schau mal aufs Konto, was sehen meine Augen da? Rote Zahlen. Also wir haben die Vorstellung, wir können uns vorstellen, dass wir wohlhabend sind, etwas, das passieren würde, wenn ich wohlhabend wäre, also ein Freund, der mir beispielsweise zu meinem Wohlstand, zu meinem neu erlangten Wohlstand gratuliert. Aber wie komme ich jetzt zu dem Glauben? Und die Antwort hier ist so simpel, dass sie für viele zu simpel ist, um es zu akzeptieren oder um es auszuprobieren, denn auch das muss nicht mal akzeptiert werden, es muss aber ausprobiert werden. Der Glaube, von dem hier die Rede ist, diese Zutat, die hier fehlt, die Zutat des Glaubens, der Glaube an die Wunscherfüllung, ist das Resultat der wiederholten Vorstellung. Es braucht also nur Vorstellung, die wiederholt wird, denn durch die Wiederholung, weil eine Vorstellung ist eine Erfahrung, ist wie eine äußere Erfahrung, eine imaginative Erfahrung, unterscheidet sich in keinster Weise in ihrer Echtheit von einer äußeren Erfahrung. Eine wiederholt gemachte Erfahrung führt zu einem tiefen Glauben an diese Erfahrung. Wenn ich mir also wiederholt vorstelle, wie mir ein guter Freund zu meinem neu erlangten Wohlstand gratuliert und sich für mich freut, sich aufrichtig für mich freut, wenn ich diese Erfahrung wiederholt mache, werde ich irgendwann an diese Erfahrung und an das, was diese Erfahrung bedeutet, nämlich Wohlstand, glauben. Aber nicht auf Verstandesebene. Ich werde nicht erwarten, dass, wenn ich auf mein Konto gucke, da auf einmal grüne Zahlen stehen. Dennoch entsteht ein subtiler innerer Glaube daran, dass ich Wohlhaben bin. Und dieser Glaube ist das, was sich dann ins Außen durchdrücken wird und meine Umstände so neu formen wird, dass auch mein Kontostand dann grüne Zahlen schreibt. Oder wenn sich jemand vorstellt, ein glücklicher Partner, eine glückliche Partnerin zu sein. Die wiederholte Vorstellung führt an diesen inneren, subtilen Glauben an die Wunscherfüllung. Aber nicht im Sinne von, ich komme nach Hause und bin verwundert, dass hier kein Mensch ist. Auf Verstandesebene weiß ich zu jeder Zeit, da ist jetzt gerade niemand und es wäre gar seltsam, wenn jetzt hier ein mir fremder Mensch sitzen würde. Dennoch dieser subtile Glaube, dieses Gefühl von, warum ist es denn hier so still? Eigentlich dürfte es hier nicht so still sein. Also etwas, was viel weiter in mir passiert, viel tiefer, auf einer tieferen Ebene passiert und nicht hier auf Verstandesebene. Das ist die einzige Notwendigkeit, das Einzige, was es braucht, um das, was jetzt gerade ein Wunsch ist von dir, zur Wunscherfüllung werden zu lassen, also zur Manifestation werden zu lassen. Das ist die einzige Voraussetzung, die es gibt. Der Glaube an die Wunscherfüllung. Aber eben nicht der Glaube deines Verstandes, sondern der Glaube, der entsteht durch die wiederholt gemachte Erfahrung. Und gemeint ist auch nicht der Glaube an das Prinzip. Also du musst auch nicht glauben, dass Vorstellung die Realität erschafft, denn das kannst du ja gar nicht glauben, bis an dem Punkt, an dem du es dir bewiesen hast. Wenn du es vorher glauben müsstest, könntest du es dir ja nie beweisen. So rum funktioniert es nicht. Auch das ist ein häufiger Trugschluss, wo Menschen falsch abwiegen, wenn sie hören, du musst glauben, dann versuchen sie sich einzureden, dass es ja so logisch und plausibel klingt, dass Vorstellung die Realität erschafft. Aber daran kannst du auch nicht vorab glauben. Du hast einen Wunsch, stelle dir etwas vor, das impliziert, dass dein Wunsch erfüllt ist und stelle es dir wiederholt vor. Aus dieser wiederholten Vorstellung entsteht der subtile Glaube an die Wunscherfüllung, der dann dazu führt, dass die Manifestation ins Außen tritt. Dann und erst dann glaubt dein Verstand an die Manifestation, weil deine äußeren Sinne es nun bestätigen. Und dann in der Konsequenz, wenn du das jetzt häufiger machst, also häufiger manifestierst, in verschiedenen Themen, verschiedene Dinge manifestierst, dann wächst der Glaube und das Vertrauen an dieses Prinzip, an das Gesetz, dass Vorstellung die Realität erschafft. Das ist die Reihenfolge, in der es funktioniert. Andersrum funktioniert es nicht. Also versuche nicht, dir irgendwie aufzuzwängen. Ich muss das jetzt glauben, bevor ich es mir vorstelle, weil sonst macht die Vorstellung ja keinen Sinn. Nee, es ist genau andersrum. Du stellst es dir erstmal vor, wiederholt vor, und daraus wächst der Glaube. Aber es ist kein Glaube, der in deinem Verstand stattfindet. Dein Verstand kann immer nur das bestätigen, was vor deinen Augen ist. Wenn du also wartest, dass dein Verstand es glaubt, dann wartest du ewig. Denn es funktioniert genau andersrum. Es muss erst in deine Welt treten, und dann kann dein Verstand es glauben. Das war es schon zu dem Video. Ich danke dir fürs Zusehen. Fragen, Anregungen wie immer gerne unter das Video. Ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.